Hey Leute und herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Ausgabe. Moin moin, schön, dass ihr da seid. Hallo, ich bin wieder da. Der Urlaub ist vorbei, alles ist wieder beim Alten, alles ist wieder ganz normal. Ach, ich bin frisch, ich bin aufgetaut, ich bin ein anderer Mensch. Ich bin ein anderer Mensch. Also ich hab wirklich, ich bin wach, ich habe Lust und Laune, ich bin heiter, ich harre, was da kommt, was der Tag mir vorwirft. Ich hab Lust zu singen und zu tanzen. Wir machen heute die große Gesangs- und Tanzfolge. Alles wird heute gut, herzlich willkommen. Florentin Will ist mein Name, das steht hier schon wunderbar. Das Studio hat sich verändert anscheinend. Da ist man einmal am eine Woche nicht da und Rocket Beans TV schießt in den Kosmos vorbei. Die Modernisierung hört nicht auf. Mir geht das zu schnell, ehrlich gesagt. Hier Hashtag Moin Moin, intern auch Momo genannt oder Moimoi oder Moa Moa, je nachdem, welcher Landesart ihr angehört. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin zurück. Alles ist wieder beim Alten. Ja. Es ist schwer, Energie im Sitzen aufrechtzuerhalten. Es ist so, man hat ein Limit an Energie, die man sitzend aufrecht erhalten kann. Ich glaube, Tanzen funktioniert auch im Sitzen nicht wirklich hundertprozentig gut. Es gibt ja eine ganze Art von Tanzen, glaube ich, die sich eigentlich nur im Sitzen befindet. Ich glaube, eigentlich ist so Labdance eigentlich entstanden, dass Leute gesagt haben, Tanzen ist eigentlich ganz geil, aber es ist ja anstrengend. Lass mich nebenbei hinsetzen. Egal auf was, ich setze mich einfach hin nebenbei. Wobei, der allercoolste Tanzmove immer noch und ich eigentlich, wie wahrscheinlich jeder Mensch, habe ich den tiefen geheimen Wunsch, mal in einem Tanzbattle zu sein. Mal auf ein Tanzbattle rausgeführt zu sein. Leider kenne ich die Regeln für Tanzbattles nicht gut genug, um zu wissen, was ich machen muss, um... Ja, und wenn ich in einem Tanzbattle wäre, würde mir instant mein Mikrofon, mein Sender runterfallen. Was natürlich auch schlecht ist. Und zwar, das Problem ist, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Muss man einfach auf die Tanzfläche gehen? Oder ist das so eine Art, muss man jemandem sagen, hey, du tanzt schlecht? Und dann sagt der, pass mal auf, Kollege, es gibt nur eine Art, das rauszufinden. So, das ist dann ganz schwierig so. Und deswegen, eigentlich hoffe ich jemals in einem Tanzbattle zu sein, weil ich habe den perfekten Move. Und der kommt aus der Serie The Office US. Und zwar muss man da so auf den Stuhl steigen. So, also angenommen, du hast ein Dancebattle mit einem Stuhl in der Gegend. Also die meisten Dancebattles sind ja im Büro. So, und dann gehst du auf den Stuhl und dann tust du, und das will ich unbedingt mal ausprobieren, gehst du einen Fuß auf die Sitzfläche, den anderen Fuß hier oben auf die Lehne. Und dann gehst du sozusagen mit Schwung, wirfst sozusagen den Stuhl um, sodass du auf dem Stuhl den Stuhl kippend begleitest sozusagen, um dann schwungvoll weiterzutanzen. Ich weiß nicht, ob ihr das euch gut vorstellen könnt, aber es ist auf jeden Fall ein guter Move, den ich immer schon mal bereit habe. Weil das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich auf Situationen vorbereitet. Man muss immer schon Situationen zurecht haben. Ich glaube, kompetente Personen sind nicht einfach spontan, sondern die haben sich einfach sehr viel zurechtgelegt. Und deswegen sind sie so kompetent. Und deswegen funktioniert das auch so gut. Es gibt ja auch immer dieses Ding, dass Affen Bananen andersrum aufmachen. Also nicht da, wo der lange Stängel ist, sondern auf der anderen Seite und die drücken das irgendwie so auf. Und dann gab es auch mal, ich weiß nicht, in den 90ern gab es dann mal so einen Galileo-Beitrag. Und dann haben alle gesagt, ich esse jetzt die Banane richtig. Das war auf unserem Schulhof. Es ist ja wirklich so merkwürdig. Also heute in der modernen Zeit durch Social Media gibt es gewisse Themen, die einfach plötzlich über die redet man. Weil man hat das Gefühl, das ist weitflächig. Also es ist halt momentan gerade, da gibt es irgendeinen Shitstorm oder irgendein neues Meme. Aber das ist schon recht weitflächig. Ich meine, das gab es früher auch vereinzelt, aber da war es halt an jeder Schulhof. Da war halt jeder Schulhof, war sein eigenes Social Network. Und bei uns war halt einfach mal zwei Wochen Trending-Topic-Banane. Auf welcher Seite man die Banane aufmacht. Das könnte ein Trending-Topic sein, das bei euch nie, nie, nie überhaupt Thema war. Das nicht mal in die Top Ten gerutscht wäre. Sondern bei euch war dann halt irgendwie, warum halt Pfirsich Fell? Ist Pfirsich vielleicht ein Tier? Wo sind die Beine? Das war vielleicht bei euch ein Thema. Bei uns war es, dann hat er irgendwie, keine Ahnung, Lukas hatte dann seine Banane dabei. Und hat die dann am Pausenhof andersrum aufgemacht. Und alle so, äh, bist du doof? Und er so, nein, ich habe bei Galileo gesehen, dass Affen die andersrum aufmachen. Und dann ist das ja natürlich richtig. Bei uns in der Schule gab es eine Schülerin, die hat jede Pause eine Zwiebel gegessen. Wie ein Apfel, einfach wirklich. Die hatte eine Zwiebel dabei und hat da reingebissen wie ein Apfel und hat die Zwiebel gegessen. Und da dachte ich mir damals schon, also, ich meine, natürlich, man muss natürlich auf Schüler, natürlich ist Mobbing scheiße. Man muss natürlich, kann natürlich selber auch ein paar Sachen tun, um sich nicht als das größtmögliche Opfer darzustellen. Aber wenn du einfach jede Pause eine Zwiebel isst, dann, dann, na eigentlich, ich habe da überhaupt nichts dagegen. Ich habe da eigentlich gar nichts dagegen. Eigentlich ist es total die geile Aktion auch als Schüler schon zu sagen, fuck you, mir ist alles scheißegal. Ich esse eine Zwiebel, aber ich fand das einfach, ich fand das einfach immer großartig. Leute, haut einfach mal eine Zwiebel weg. Einfach mal eine Zwiebel weghauen. Es gibt ja auch dann so eine Phase, wo man albern ist in der Schule. Aber irgendwann wird das wieder uncool. Zum Beispiel gab es bei uns jemanden, da hat es geregnet und da hatten alle Regenschirme mit dabei. Und einer hatte seinen Regenschirm so in den Klassenraum gelegt, dass er halt so aufgezogen war. Und ein Schüler hat sich nicht auf seinen normalen Stuhl gesetzt, sondern hinter diesen Regenschirmen, also sozusagen in die Deckung des Regenschirms gesetzt. Und dann hat die Stunde normal angefangen, die Lehrerin hat Unterricht gemacht. Und nach guten 20 Minuten, also wirklich schon eine ganze Weile vergangen, ist der Schüler hinter dem Regenschirm einfach aufgestanden und hat sich wieder auf seinen Stuhl gesetzt. Und die Lehrerin guckt nur so und denkt sich auch, cool. Das war das erste Mal, diese arme Sau, die sterben muss für das erste Mal, dass Streiche nicht mehr lustig sind. Weil Pranks sind lustig und irgendwann knickt's, aber es gibt eine Person, die immer derjenige sein muss, der dann der sein muss, an dem sich diese Änderung manifestiert. Und der hat verloren. Tut mir leid, Tobi. Sorry, Tobi, an der Stelle. Also ich hab mal eine Regel aufgestellt. Lass mich mal eine Regel aufstellen. Okay. Und zwar generell, die Idee ist, wir versuchen heute mal, wie soll man mit Menschen umgehen. Okay. Okay. Wie soll man mit Menschen umgehen? Und für mich ist Regel Nummer eins mit Menschen umgehen. Überleg dir, was hört diese Person ständig? Mhm. Okay? Was hört diese Person ständig? Zum Beispiel, eine Person mit einem exotischen Vornamen hört ständig. Woher kommt der denn? Wie spricht man den aus? Habe ich den jetzt richtig ausgesprochen? Ja. Eine dicke Person hört ständig, du fettes Schwein. Was auch immer. Ja? Eine Person, die so ähnlich aussieht wie X, hört ständig Y. Du siehst, okay. Ja, eine Person, die vielleicht ausländisch aussieht, hört ständig, ah, wo bist du denn geboren? Wo kommst du her? Über sie überlegen, was hört diese Person ständig? Und genau das nicht sagen. Einfach nicht sagen. Ja. Und ich glaube, du bist schon der beste Freund von der Person, wenn du die einzige Person bist, die nicht rankommt und sagt, ach, das ist ja ein komischer Vorname. Hey, wie schreibt man den? Weil die Person hört das jedes einzelne Mal. Das ist für mich Regel Nummer eins. Überlegen, was hört diese Person ständig? Eine sehr große Person. Du gehst einfach zu den anderen und sagst, hey, was geht? So, und nicht, oh. Was geht? Und dann eben nicht darauf eingehen. Dann einfach wirklich, aber das Problem ist, der Mensch ist automatisch scheiße. Ja. Wenn der Mensch sich normal verhält, läuft er in ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Wenn du einfach so bist, wie du bist, bist du ein Arschloch. Dann bist du rassistisch, dann bist du sexistisch, weil das alles so tief in dir drin ist, dass du nicht anders kannst. Das Einzige, was du machen kannst, ist das Bewusstwerden und dann genau dagegen steuern. Ja. Also, was hört diese Person ständig? Und genau das nicht sagen. Ja, zum Beispiel, wenn ich einmal Didi Hallervorden treffen werde, vielleicht in der Ausnüchterungszelle, ich weiß nicht, der hört ständig Palim Palim eine, genau das nicht sagen. Ja. Das ist meine erste Regel für heute. Das ist eine gute Regel. Es scheint der Fall zu sein, dass wir einen Spion haben. Ich dachte, die Moin Moin Community sei unter sich. Ich dachte, wir wären hier eine geschlossene Gesellschaft, auf die man sich verlassen kann. Das ist nicht der Fall. Es wurde geleakt. Ja. Leak Leak könnte diese Sendung auch heißen. Denn hochsensible Informationen sind nach draußen gekommen. An nichts Geringeren als Informationswissenschaftspeitscher Spiegel Online ist es passiert, Freunde. Es ist passiert. Spiegel Online schaut Moin Moin. So, Sekunde. Google. Und was musste ich da letztens lesen? Ja, völlig richtig. Die bauen Schirmen. Spiegel Online baut einen Schirm. Wessen Idee war das denn wohl? Hm. Komisch. Wer ist denn auf die gekommen, mit einem riesigen Sonnenschirm die Menschheit zu retten? Und dann machen die da so ein Bild von so einem lächerlichen Sonnenschirm dahin. Frank Paterlong. Was ist mit dir los, Frank Paterlong? Ja, ganz recht. Frank, als du gerade zuguckst, Herr Paterlong. Ja? Ich hab dich erwischt, mein Lieber. Ich hab dich schön erwischt. Kannst du gleich hingehen zu deinem Chefreaktor und sagen, ja, ich schau das ja ab und zu manchmal. Naja, mein Gott, nur weil ich jetzt irgendwie ständig über diesen Schirm rede. Aber, Fazit, sagt er, eine Studie zeigt, möglich wäre es. Das ist klassisch der Stil einer wissenschaftlichen Studie. Wissenschaftliches Paper, 64 Seiten lang. Fazit. Möglich wäre es. Genau so wurde es formuliert. Vergesst die Formeln. Auch Einsteins Relativitätstheorie hat tatsächlich, weiß man gar nicht, 1913, hat er geschrieben, sich lange intensiv auseinandergesetzt. Hat er ganz viele Formeln geschrieben. Und Fazit wäre, warum nicht? Kann schon sein. Wenn ihr mich fragt, jupp. Das war das berühmte Ende von Einsteins Relativitätstheorie. Der gesagt hat, im Grunde, ja, 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 ja. Möglich wäre es doch, es gibt Einschränkungen, schreibt Frank Patalong. Und ich lese ja generell nur die zweite Unterschrift. Da ist ja die eigentliche Wahrheit. Niemals die erste Unterschrift, Überschrift lesen. Im Grunde, also, das hier kann man lesen, das nicht lesen, das schon wieder lesen. Da ist die gesamte Information drin, den Rest kann man komplett vergessen. Patalong sagt, es gibt Einschränkungen, wie zum Beispiel, die Erde ist ja recht groß. Und deswegen bräuchte es auch einen großen Sonnenschirm. Ich hab's überflogen, ich hab's halb überflogen. Aber im Grund, grundsätzlich, man merkt schon langsam, die Menschheit hat keinen Bock mehr auf die Sonne. Und das ist eine gute Entwicklung. Die Menschheit merkt schon langsam, dass sie unabhängig sein muss von der Sonne. Dass sie auch mal sagen muss, wir müssen weg davon. Anziehungskraft ist nicht mehr 2018 gerecht. Wir müssen weg von der Sonne. Wir müssen abhauen. Der Mond haut auch langsam ab. So ist es ja auch nämlich. Kann man auch mal drüber reden. Der Mond haut langsam ab. Der Mond hat keinen Bock mehr. Raus bin ich. Ich glaub, jedes Jahr ein Zentimeter haut der Mond ab. Und zwar, weil der Mond, das find ich ganz interessant, der Mond wirkt ja auf die Erde dahingehend, dass er Ebbe und Flut erzeugt. Falls ihr das noch nicht wusstet, könnt ihr das mal mitnehmen. Er erzeugt Ebbe und Flut, das heißt, er verformt das Wasser auf der Erde, saugt es immer so hin und her. Ja, aber die Energie, die in Ebbe und Flut fließt, muss ja irgendwo herkommen. Die muss der Mond ja irgendwo verlieren. Ja, weil es ist ja Energiegleichgewicht. Und immer wenn der Mond irgendwas auf der Erde erzeugt, muss der Mond selber Energie verlieren. Und das Haus, der haut ab. Die Energie, die in unsere Ebbe und Flut geht, sorgt dafür, dass der Mond abhaut. Stück für Stück. Und wenn der weit genug weg ist, dann ballert der irgendwann in Merkur rein oder sowas. Und dann hat sich's komplett erledigt. Das heißt, entweder wir beenden Ebbe und Flut ein für allemal, was ich eh schon gesagt hab, 2015, falls ihr euch erinnert, hab ich gesagt, Ebbe und Flut braucht's nicht mehr. Falls man da nicht einfach sagt, wir unterdrücken das. Ansonsten haut der Mond ab. So, Mond haut ab. Kann nicht auch einfach die Sonne abhauen. Ich mein, die Sonne wirkt auch auf die Erde und schießt ihre Strahlen oder sowas in der Richtung. Ich glaube, es wäre möglich. Langfristig könnte man sich von der Sonne entfernen. Aber nein, wir brauchen ja einen großen Schirm. Und ich hab mir überlegt, eigentlich haben wir denn, anstatt so einen Schirm zu bauen, haben wir denn nicht eigentlich schon so einen Schirm? Wir haben ja einen Haufen Satelliten. Kann man die nicht einfach so vor die Sonne schieben? Weil man kann ja Satelliten so programmieren, dass sie geostationär sind. Dass sie sich immer so direkt auf, also dass sie direkt über einem Punkt auf der Erde sind. Sodass, wenn sich die Erde dreht, der Satellit mitdreht. Könnte man es nicht so machen, dass sie ständig vor der Sonne sind, dass sie dann Schatten werfen? Ich mein, Satelliten sind ja recht hoch. Das heißt, die dürfen auch einen recht großen Schatten werfen. Wie groß ist der Schatten von einem Satelliten? Wenn man jetzt, ich mein, ein Satellit ist so groß wie, oh, ich hab keine Ahnung, wie groß ein Satellit ist. Wenn mir jemand sagen würde, ein Satellit ist so groß wie ein Tennisball, würde ich sagen, jep, okay. Wenn jemand sagen würde, ein Satellit ist so groß wie ein Fußballfeld, würde ich sagen, ich weiß nicht, warum ich Teil dieses Gesprächs bin. Ich hab lange, lange nicht mehr mit Luftfahrttechnik gearbeitet. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich hab bis jetzt hauptsächlich diese kleinen Butterkringel gegessen und mir einen Kaffee eingeschenkt, um dann zu merken, dass ich keinen Kaffee mag. Also, falls ihr mich für dieses Meeting nicht braucht, liebe NASA-Wissenschaftler, ich würde jetzt langsam mich wieder in Richtung Hängematte geben. Die haben bestimmt eine Menge Hängematten bei der NASA. Bestimmt haben die eine Menge Hängematten. Das könnte man eigentlich ausrechnen, ne? Wie weit ist die Erde entfernt? Wie hoch sind Satelliten? Wie groß sind Satelliten? Und dann müsste man ausrechnen können, wie groß der Schatten eines Satelliten ist. Müsste man eigentlich hinkriegen. Naja, wir gucken mal ganz kurz rein, was bei euch so abgeht. Herzlich willkommen. Ganz kurz. Ich hab meine Rechnung aufgestellt. Die Sonne ist 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und Satelliten sind ungefähr in der Höhe von 1000 Kilometern. Ich hab keine Ahnung von Mathe. Disclaimer. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass man dieses Verhältnis, also dieses Verhältnis 150 Millionen zu 100.000, das sind ja 150.000 zu 1, ne? Das hat 3 Nullen. Ja, das stimmt. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass man dieses Verhältnis 1 zu 1 umrechnen kann auf den Schattenwurf von Satelliten auf Erde. Das heißt, wenn der Satellit jetzt ein Durchmesser von 150.000 Metern hat, ne, von einem Meter hat, dann wirft er einen Schatten, der 150.000... Ach, komm. Mann, Mathe, ich würd mich viel mehr für Mathe interessieren, wenn's halt auch funktionieren würde. Ein Meter großer Satellit macht einen Schatten von 150.000 Metern. Ach. Kein Problem. Ach ja. Ach ja. So, jetzt hat endlich jemand das ausgerechnet hier. Lukas N. Der hat... Ich find's gut, dass die Sonne einfach mal offensichtlich keinen Bock hat auf die Erde einfach. Mal so ein paar Strahlen hier in die Richtung. Aber alles ballert auf die Erde einfach. Alle Strahlen, die wir haben, in die Erde. Und er will einfach behaupten, weil die Sonne größer ist als die Erde, ist der Schatten genauso groß wie der Satellit. Was? Wirklich? Ach, ich hab einfach keinen Bock auf Mathe, Mann. Das ist so nervig. Das ist so nervig. Hier hat jemand ausgerechnet. 20 Kilometer. 20... Was? X ist gleich... Was soll das heißen? 8000 Meter. 800.000 Meter ist der Schatten groß. Leute, das ist doch wirklich die Antwort. Mehr Satelliten. Geostationäre Satelliten einfach vor die Sonne. Und der Klimawandel ist kein Problem mehr. So, ihr habt's gehört. Guckt mal, was nächste Woche in Spiegel Online steht. Hier von Frank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Schönen Tag. Tschüss.